Darf ich vorstellen, diese Immobilie liegt im Herzen Berlins, ist historisch und hat einiges zu bieten. Einige Besonderheiten rund um den Bundestag, jetzt bei... 3 Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Wir starten mit diesen riesengroßen Grundgesetz-Tafeln hier. Das sind insgesamt 19 jeweils 3 Meter hohe Glasscheiben, in die die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes eingraviert sind. Beschaffen vom israelischen Künstler Dani Caravan. Im Grundgesetz fehlt es übrigens an einer Antidiskriminierungsbestimmung für sexuelle Identität. In Artikel 3 steht nur, dass niemand wegen seines Geschlechts diskriminiert werden darf. Wir wollen deswegen das Grundgesetz um den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität erweitern. Es handelt sich hierbei übrigens um eine WG. Denn mit dabei sind tausend kleine potenzielle Mitbewohner. Warum kleine Mitbewohner? Ach, wegen den Bienen? Ah, das hab ich gar nicht... okay. Oh mein Gott, dann Bienen? In einem Innenhof wohnen nämlich tausende von Bienen in mehreren Bienenstücken. Die produzieren jedes Jahr mehrere Kilogramm Honig. Der Bundestag gibt damit den Bienen ein Zuhause, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir alle Bienen schützen wollen. Und? Hat euch die Immobilie gefallen? Besichtigungstermine findet ihr online.